So, hallo alle zusammen. Heute mal wieder ein Film von unserer Perma-Agro-Fostkultur. Und heute wollen wir ein neues Gebiet auf unserem Grundstück erschließen mit Pflanzhügeln. Die machen wir aus Kompost und die legen wir jetzt an. Und dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr pflanzbare Erde haben, wo wir dann Kürbisse oder Sonnenblumen oder so ähnliche Pflanzen anbauen können, die viel Platz brauchen, um Ertrag zu geben. So, und dann zeige ich euch jetzt mal, gehe ich mal zur Seite. Hier ist die Fläche. Da, vorne hin, überall, setze ich jetzt Strohballen auf, die wir vom letzten Jahr gepresst haben und aufgestellt haben, hochkant über Winter. Die sind alle schön nass und von innen schon schön vergammelt. Ja, die stelle ich jetzt hin mit dem Radlader und dann nachher packe ich die alle aus und dann werden die noch schön verteilt und breit gemacht und zu Komposthügeln aufgeschichtet. So, und dann nehme ich euch jetzt mal mit. So, ich werde jetzt mal mit. So, ich werde jetzt mal mit. So, ich werde jetzt mal mit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020